Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, haben wir schon wieder einen Pump erlebt. Und ja, die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das? Ja, ist das jetzt der finale Retest gewesen, der finale Shakeout, um nochmal Long-Positionen zu liquidieren und jetzt geht's wieder bergauf? Oder ist das die nächste Bullenfalle? Das ist jetzt so die Frage, die im Raum steht. Und da habe ich in letzter Zeit auch häufig gelesen, ja, die Chart-Analysen, na, das bringt ja alles gar nichts, die können dir das da auch nicht sagen und insbesondere bei den Altcoins nicht, die ziehen doch sowieso mit beim Bitcoin und nein, ich werde euch jetzt zeigen, warum das eben doch sehr, sehr gut funktioniert. Denn wir haben einige Altcoins, die sich sehr, sehr abgekoppelt haben und ja, die Chart-Analysen hier definitiv besser funktioniert haben als sämtliche Fundamentaldaten, die wir hier bekommen haben und ich würde sagen, wir legen direkt los. Gut, ja, angefangen mit dem Bitcoin natürlich. Ja, wir haben hier, wie in vorherigen Videos gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir nochmal die 18.000 anlaufen, ich aber nicht glaube, dass wir ein Lower Low sehen. Das ist jetzt auch erstmal so eingetroffen, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne, raketenartige Reaktion. Aber man muss hier natürlich auch ganz klar sagen, man muss hier beide Seiten betrachten, Bullish ist das hier erstmal gescheitert gewesen. Also das ist definitiv keine Überkorrektur hier mehr, das ist definitiv gescheitert, ist durchgerasselt. Wenn er jetzt wieder zurückkommt, ist die Frage, wie er sich verhält und dementsprechend für mich, laut Chart-Analyse wird er definitiv in dieses Level hier, also dieser Bereich interessant. Das ist nämlich das entgegengesetzte Korrektur-Level. Ja, es gibt nicht nur Bullische Korrektur-Level, sondern auch bärische Leute. Dementsprechend, ja, wenn er in dem Fall hier, also das einfach nur spiegelt, 50 bis 66% der letzten Abwärtsbewegungen wieder. In dem Fall, wenn er hier jetzt bärisch reagiert und davon muss ich erstmal ausgehen, denn Bullish ist er erstmal durchgerasselt, von daher muss ich mich jetzt erstmal mit den bärischen Szenarien beschäftigen. Von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, oder muss ich davon ausgehen, dass er hier hochsteigt und dann reagieren wird. Ob er das Level voll ausreizt, ist natürlich die andere Frage, aber das ist jetzt so erstmal das Szenario. Wenn er Bullish vernünftig funktionieren möchte, dann muss er das Level hier natürlich deutlichst brechen. Ja, oder noch ein weiteres Szenario, wenn er hier reagiert, hier aber auch wieder zurück Bullish den Retest machen, dass er es auf so eine Art und Weise macht. Ich hatte jetzt keinen Bock, das in verschiedenen Farben aufzuzeichnen, aber ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Also von daher, die Szenarien haben wir jetzt. Ich gehe erstmal davon aus, dass er hier bärisch wieder reagieren wird, aber das wird sich zeigen. Ich hoffe es natürlich auch, dass er durchzieht oder beziehungsweise, ja, meinetwegen kann er gerne nochmal ein bisschen länger tief stehen. Umso länger habe ich Zeit zu akkumulieren, aber grundsätzlich für die Bullen wäre es natürlich wichtig, wenn er hier definitiv durchzieht. Ja, ganz entscheidend, einige Coins, die sich aber hier definitiv abgekoppelt haben, wo wir dann auch definitiv sehen, das hat nichts mit Fundamentaldaten zu tun, beziehungsweise keine Fundamentalanalyse kann das so genau bestimmen, wie das hier die Chartanalyse macht. Schaut euch das an, in dem lange vorher definierten Bereich, seit Anfang August hier, Pip genau wirklich hier reagiert und bam, nach oben geschossen. Ja, also, welche Fundamentalanalyse soll uns das bestätigen, wenn es nicht die Chartanalyse macht? So Pip genau, genauso wie bei Quant, Pip genau hier an dem definierten Bereich, an dem definierten Trendwendebereich auch tatsächlich die Trendwende vollzogen. Ja, dementsprechend Chartanalysen, ich sehe nach wie vor die Chartanalyse, also die technische Analyse, die technische Seite der Analyse stärker als die Fundamentalanalyse, ist aber auch nur meine Meinung, ich habe es von Beginn an so gelernt, weil wir sehen ja auch bei VeChain ist das beste Beispiel dafür, die haben Partnerschaften ohne NDS geknüpft mit UFC, mit Amazon Web Service, TrueTrace, geistesgestörte finanzielle Unterstützung auch bekommen und da passiert gar nichts mit dem Chart. Gar nichts, gar nichts, also auch dieser, der Aufstieg jetzt hier, der ist auch nachdem erst, weit lange nachdem er ist gekommen, also was heißt lange, paar Wochen, aber trotzdem, die Fundamentaldaten hier, die Partnerschaften, die haben gar nichts bewirkt im Chart. Ja, naja, gut, das auf jeden Fall erstmal dazu. Ja, dementsprechend ist natürlich die Frage, Bullenfalle, ja oder nein, oder geht es jetzt tatsächlich weiter und hier beim Bitcoin bleibt es, wie gesagt, dieses Level für mich spannend, dass es also ziemlich entscheiden wird, in welche Richtung es gehen wird, dieser Bereich, ja schießt er drüber oder wird er dort reagieren? Ich gehe erstmal davon aus, dass er reagieren wird. Im Gegensatz zu den einigen Altcoins hier, meiner Lieblinge, zum Beispiel Quant, sieht es ebenfalls anders aus. Ja, dort hat er perfekt bullisch reagiert, also da ist lange nichts Bärisches erstmal in Sicht. Das hat er super vollendet und hier perfekt aus dem Bereich reagiert, ärgert mich immer noch, dass er, ich weiß nicht warum, ob es am Spread lag bei Binance, jedenfalls meine Buy-Limit-Order ist leider nicht getriggert worden, wegen wahrscheinlich 1, 2 Cent oder sowas. Sehr, sehr ärgerlich. Mal schauen. Ich hoffe von daher, dass er hier dann doch nochmal bärisch in dem Bereich reagiert. Von daher, auch das muss ich jetzt erstmal so drin lassen, dass er dann hier hochzieht, zack und dann nochmal die Trendwende macht und wieder runterkommt. Ich hoffe, dass er es macht. Grundsätzlich, Quant läuft aber super bullisch. Ja, ist jetzt eigentlich nicht so sonderlich bärisches zu erwarten, wie beispielsweise beim Bitcoin, zumal Quant problemlos hier wirklich reagieren kann und die untersten Bereiche hier über 70 Dollar nochmal locker anlaufen kann. Und es wäre immer noch bullisch, absolut alles legitim. Das gleiche gilt zum Beispiel für BNB. Also BNB hat so frühzeitig reagiert, auch der hat noch locker Potenzial, hier wieder runterzukommen, den Bereich voll aufzuschöpfen und dann würde er immer noch bullisch super funktionieren. Also wir haben da wirklich die ein oder anderen Coins, die sich da jetzt zumindest strukturtechnisch sehr, sehr von Bitcoin abkoppeln und auch prozentual definitiv jetzt erstmal outperformt haben. Ja, damit will ich natürlich nicht sagen, hier Bitcoin ist Schmutz oder die Bitcoin-Maxis haben kein Recht, das ist völliger Quatsch. Ich bin genauso super Bitcoin-Fan und auch Bitcoin ist und bleibt meine größte Position im Portfolio. Das soll also damit nicht gesagt sein. Ich will einfach nur damit euch zeigen, ja, dass die Coins, dass wir gewisse Coins haben, die sich auch abkoppeln können, nicht immer 100% alles von der Bitcoin-Bewegung abhängig ist, sondern wir auch so ein paar Ausreißer haben und die aktuell nun mal einfach tatsächlich bullisch besser laufen, als es der Bitcoin macht. Bitcoin-Bewegung hin oder her. Ja, zu Quantfits auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Video geben. Die Tage, ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe. Ich bin das Wochenende nämlich unterwegs, ich versuche ein bisschen vorzuproduzieren, also auch da bitte nicht wundern, es kann gut sein, dass der Chart dann schon mal ein bisschen ein, zwei Tage weiter ist. Wie lange angepriesen, der September wird verdammt volatil, von daher, ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass es alles so läuft, wie es läuft. Cake zum Beispiel auch. Cake macht das hier wunderbar, sehr, sehr gut. Hat natürlich dann in dem Fall, ja, die sind so ein bisschen auch an Binance gekoppelt, weil es natürlich dann die Partnerschaft mit Binance ist, beziehungsweise die hauseigene DAX, der BNB Smart Chain. Aber ja, das sieht sehr, sehr gut aus für Cake, keine Frage. Würde ich natürlich bei Cake auch begrüßen, also bei Cake würde ich mir nicht sonderlich nochmal einen Bärenmarkt oder sowas wünschen. Der darf gerne Bullish direkt weiterziehen, weil ich habe für mich genug im Staking und meinetwegen darf er gerne straight die 10 Dollar wieder anlaufen. Am besten zu dem Zeitpunkt, wenn ich auch wieder bereit bin, ein bisschen was zu verkaufen, wenn nämlich der Pool abgelaufen ist. Ja, auch Veracity hat erstmal eine Rakete gezeigt. Ich bin da eher ja doch vom Lower Low ausgegangen, was aber immer noch stimmen kann. Also das läuft nach wie vor bärisch, nur weil einmal eine kurze bullische Bewegung ist, heißt das nicht, dass wir hier nichts bärisches mehr haben oder sich die bärische Bewegung fortsetzt. Jetzt, wo ihr auch schon Kommentare gesehen habt, ja, du hast aber doch gesagt, das geht Kiefern, jetzt steigt das schon wieder. Ey, das ist kein, das ist noch lange kein nachhaltiger Anstieg. Ja, wir werden nie diese Bewegung haben, außer bei einem Rockpull, dann sieht es wahrscheinlich sogar noch so aus. Aber grundsätzlich, du wirst immer zwischendurch auch in einem bärischen Trend bullische Zyklen haben, ja, die hier mal aufbäumen können. So, das ist normal, dass du zwischendurch auch in dem Fall steigende Kurse hast. Genauso mitten in einem Bullrun wirst du auch zwischendurch immer Abverkäufer haben. Ja, das ist vollkommen normal. Also, ja, dreht nicht immer gleich durch in den Kommentaren, wenn ich sage, ja, ich gehe davon aus, dass es sinkt und dann steigt das um 10% oder sowas. Also, das ist halt noch lange nichts Nachhaltiges. Wir müssen halt schauen, wie nachhaltig das ist. Wie gesagt, kommen wir nochmal auf den Bitcoin zurück. Das ist für mich der Bereich, der das zeigen wird, wie nachhaltig ist dieser Anstieg. Zieht er dort durch oder wird er dort reagieren und umkehren? Ja, ähnlich wie wir hier natürlich die bullischen Reaktionen bei Quant gehabt haben. Auch dort die Frage, ganz klar, wie nachhaltig ist diese bullische Reaktion oder dreht er dann hier tatsächlich und läuft den Bereich noch ein zweites Mal an? Genauso bei BNB, Matic, was auch immer wir da gerade haben. Ethereum habe ich vollkommen vergessen, macht das natürlich genauso gut. Ja, aber auch da, ganz klar gesagt, der kann den Bereich auch nochmal voll ausschöpfen und Richtung 1250 laufen und es wäre immer noch alles völlig bullisch legitim. Also, sehr, sehr gute Performance ebenfalls auch von Ethereum. Wir haben da wirklich einige Coins, die deutlich besser gerade aussehen als der Bitcoin-Chart. Das aber so zum heutigen Video. Meine Meinung dazu, ob das ein nachhaltiger Anstieg ist oder doch eher die Bullenfalle, ja, ist so ein bisschen zwiegespalten. Aber deswegen habe ich euch ja auch extra gesagt, dass ich im September nichts machen werde. Die Beile mit Ordern, die ich noch habe, die bleiben aktiv, aber ansonsten steige ich jetzt aktuell nicht in den Markt ein, auch wenn es vielleicht irgendwo natürlich die Chance des Lebens sein könnte oder gewesen sein könnte, jetzt nochmal mit dem Retest da bei 18.000. Aber ja, das ist mir egal. Ja, wir haben einfach sehr, sehr viele Daten jetzt im September, die definitiv die Märkte nochmal durchrutteln könnten. In beide Richtungen, wie wir sehen. Kann natürlich auch kurzweilig dann wieder extrem bullisch sein. Von daher halte ich einfach mal ein bisschen die Füße still. Das tut auch ein bisschen gut. So kann man auch mal so ein bisschen Geld sparen und das zurücklegen und das vielleicht anders verteilen in Edelmetaller, Aktien, ETF. Dass man da mal vielleicht ein bisschen stärker nachschießt und so weiter. Ja, ist nur so meine Meinung und auch meine Empfehlung, die ich an jeden geben kann. Nicht immer All-In-Krypto, nicht immer bei jedem kleinen Abwärtsbewegung direkt wieder reinfeuern, reinfeuern. Aber wie ihr das macht, müsst ihr natürlich selber wissen. Ja, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, das hat euch wie immer gefallen. Schreibt immer mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, sagt ihr Bullenfalle oder das war der finale Shakeout. Jetzt geht es wirklich schon extrem bullisch weiter. Wir sehen keine tieferen Kurse mehr. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, ihr lasst mir immer ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.